Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es ein weiteres Tabak Review für euch zu einer Hokainsorte. Heute geht es um den Kaffa Yayo. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt geht es auch direkt los mit dem Review. So, hinter den ganzen Rauchwolken bin ich am Start und ich habe wie gesagt heute den Kaffa Yayo von Hokain für euch. Eine Sorte, die in Richtung Bounty gehen soll. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil es gibt nicht viele gute Bounty Tabaks und da wollen wir heute mal wissen, ob der da die Ausnahme sein kann, ob der jetzt besser ist als die Vorgänger. Erstmal ganz normal, Hokain, die 200 Gramm kosten euch nochmal 16,90 Euro. Ich habe jetzt aber einfach hier so einen 20 Gramm Shot. Sehr, sehr gut für uns zu testen, aber deswegen muss ich auch dazu sagen, es ist jetzt der erste Kopf, den ich mit diesem Tabak rauche. Ich habe ihn wirklich vorher noch nie geraucht, ich habe ihn nur gerochen. Das heißt, es ist sozusagen ein Blind Review. Ich habe ihn eben schon ein bisschen geraucht und darüber nachgedacht, was ich so sagen will. Aber es ist auf jeden Fall mein erster Kopf mit dem Tabak und nur mein erster Eindruck. Normal, und das seht ihr jetzt gleich im Kopf, hätte ich auch ein bisschen mehr Tabak reingepackt, aber ich würde sagen, wir springen direkt in den Kopfball und wir gucken uns mal an, wie das Ganze so gebaut wurde. So Leute, da ich gerade alleine drehe, zeige ich euch den Kopfball jetzt einfach mal so. Ich habe das Ganze in der Mami-Ball gebaut. Ihr seht schon, es ist ein Abstand-Sit-Up, das heißt, höchstens die Noppen kommen an den Tabak. Ihr seht, hier hinten ist unter den Rand gebaut. Normal baue ich das deutlich höher, aber das war jetzt alles, was der Shot hergegeben hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Shots eher für den KS-Apo gedacht sind und eben nicht für die Mami-Ball. Aber so sieht das Ganze jetzt auf jeden Fall raus und jetzt gebe ich wieder ab an Zukunfts-Mavin, der hoffentlich schon am Rauchen ist. So, den Kopfball habt ihr gesehen. Wie gesagt, es war ein kleines bisschen zu wenig für die Mami-Ball. Also ich hätte gerne einen Ticken mehr reingepackt, weil ich halt einfach gerne mit viel Kontakt zur Smokebox rauche. Aber ich denke, die Rauchentwicklung, ich kann ja gerade nochmal einen Zug nehmen, die spricht für sich. Er raucht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Also ich denke, bei der Rauchentwicklung definitiv kein Grund zur Beschwerde. Quimt sehr, sehr gut und lässt sich auch sehr angenehm rauchen. Also er drückt nicht und er kratzt nicht, von daher alles tipptopp. Ich würde sagen, wie immer, kommen wir zuerst mal zum Geruch vom Kaffayayo. Und wie gesagt, es soll ein Bounty-Tabak sein, was bis jetzt immer sehr, sehr schwer getroffen wurde. Also wenn ihr dran riecht, kommt wirklich erstmal eine sehr, sehr süße Kokosnote rüber, die aber ganz klar so in so eine milchige Richtung geht. Also es ist ein sehr cremiger, sehr süßer Kokos-Flair, der da rüberkommt. Eigentlich genau so, wie man das von Bounty erwarten würde. Ja, Schokolade, es ist jetzt hier auch nicht abgebildet, aber rieche ich auch nicht raus. Bei Bounty würde ich das eigentlich mit erwarten, aber riecht auf jeden Fall sehr, sehr interessant, riecht sehr gut. Sehr, sehr lecker nach Kokos und wie gesagt, ziemlich süß das Ganze mit so einem milchcremigen Touch, der da definitiv mit rüberkommt, wie das halt auch bei einem Bounty wirklich so ist. Vom Geruch erinnert er mich sehr, sehr stark an den Takeaway von früher. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Das waren so kleine schwarze Zipper, da hatte man auch meistens nur die 50g Zipper. Aber ist jetzt schon bestimmt gut und gerne 5, 6 Jahre her, dass es den Tabak gab. Den habe ich damals noch im Relax-Shop in Frankfurt immer geholt. Der hatte auf jeden Fall auch, also diese Marke hatte auch einen Bounty-Tabak und der ging wirklich stark in diese Richtung. Also wenn jetzt jemand gesagt hätte, Digga, ich habe noch eine Packung von dem Takeaway, von dem Bounty, hält mir das einfach unter die Nase, ohne dass die Packung seht, würde ich sagen, ja, das ist er. Aber vom Geruch her auf jeden Fall schon mal gut. Ihr wisst ja, normal rauche ich gar nicht so gern cremig, aber der ist vom Geruch auf jeden Fall noch genau so wenig cremig, dass es für mich noch in Ordnung ist, dass ich sage, okay, da habe ich Bock drauf, den zu rauchen. Ich nehme mal einen Zug und dann kommen wir auch direkt zu dem wichtigsten Punkt, und zwar dem Geschmack. Ja, also Rauchentwicklung definitiv sehr, sehr gut. Der Tabak war ja auch schön feucht, guter Schnitt auf jeden Fall. Ihr habt es ja im Kopfbau schon gesehen. Geschmacklich hat er dasselbe Problem, das viele Sorten haben, die in diese Kokosrichtung gehen. Wenn man diesem Kokosflavor Hitze gibt, ist das manchmal so ein wenig, er geht so ein bisschen ins Herbe. Also der Geschmack verändert sich unter der Hitze so ein bisschen. So auch leider bei dem Kaffayayo, aber dennoch sehr, sehr lecker. Kokos kommt immer noch sehr gut rüber, immer noch mit diesem milch-cremigen Unterton, wie das auch im Geruch meiner Meinung nach schon so war. Aber auch vom Geschmack wirklich lecker, überraschend lecker sogar, dafür, dass er cremig ist, ja, holt mich auf jeden Fall ab. Ich finde ihn definitiv gut. Wieder eine Hookainsorte, die auf jeden Fall krass gut getroffen ist. Und in dem Zipper war er jetzt auch weniger feucht als die 200-Gramm-Dosen. Aber da habe ich ja schon gesagt, der Johannes vertritt halt die Philosophie, lieber ein bisschen zu viel Molasse als zu wenig Molasse. Lieber lasse ich was in der Dose. Und dafür ist Maximum an Molasse im Tabak drin und dafür auch maximale Geschmacksentfaltung. Maximale Geschmacksentfaltung hat der auf jeden Fall auch. Er schmeckt sehr, sehr intensiv, sehr gut nach der Kokosnote, sehr süß und ein klein wenig cremig. Aber gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Kann man definitiv mal probieren. Sollte euch das kleine kurze Video hier zu dem ersten Kopf vom Hookain Kaffayayo gefallen haben, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht es gut. Eure Shisha WG